Na alle zusammen, ich hier ist wieder, Hachala, und schon bin ich hier dafür in Battle for Assert unterwegs. Und zwar wollte ich euch heute wieder so einen kleinen Achievement Guide präsentieren. Heute geht es nämlich um den Erfolg Rauchfest und für dieses müssen wir Furion Nialotha bezwingen, nachdem wir 10 knisternde Splitter innerhalb von 3 Sekunden getötet haben, wobei maximal 3 Sekunden zwischen den Siegen eines jeden Splitters vergehen dürfen. Hört sich jetzt kompliziert an, ist es nicht wirklich. Wichtig für euch ist erstmal zu wissen, ihr müsst in die Phase 2 kommen. Wenn ihr im Normal-Mode seid und relativ gut Schaden habt, kann es sein, dass ihr den Boss vorher umklopft. Deswegen da ein bisschen Damage-Stop machen, ihr müsst auf jeden Fall in die zweite Phase kommen. Denn da ist es so, dass der Boss, wenn er landet, kurz danach nicht mehr angreifbar wird, wie es jetzt hier bei uns passiert. Und dann erscheinen 3 so Säulen, wo man sich reinstellen kann, die hier hinten bei dem Boss sind. Da stellen sich am besten Spieler rein, die eine Mobility haben, also DHs, einen Mage, einen Monk und dementsprechend einfach mit diesem Debuff hier über die Kristalle drüber flitzen oder diese Splitter besser gesagt und die damit schnell wegräumen. Mehr ist es tatsächlich eigentlich nicht. Man kann die, wie ihr seht, hier auch angreifen. Aber wenn die Leute diesen Buff, Schrägstrich Debuff haben, ich bin mir jetzt nicht hundertprozentig sicher, dann One-Shotten sie quasi die Sachen, wenn sie drüber laufen. Und das Achievement ist eigentlich easy drin, innerhalb von diesen 3 Sekunden, wenn das mit 2-3 Klassen gemacht werden, die, wie gesagt, diese krasse Mobility haben, ist es kein Stress. 90% der Leute werden das Achievement wahrscheinlich eh schon haben, wenn ihr einfach ganz normal den Boss killt, denn die normale Taktik ist natürlich auch, die schnell wegzuräumen, dass man den Boss dann finishen kann. Ja, das war's mit dem kleinen Achievement-Guide. Ich hoffe, dem einen oder anderen konnte ich ein bisschen weiterhelfen. Sollte es der Fall sein, würde ich mich über eine positive Bewertung freuen. Und ja, dann sehen wir uns gerne beim nächsten Video wieder. Euer Tela, bis dann, ciao!